Herzlich Willkommen bei EXOPEC. Ich bin Pascal und ich freue mich sehr euch unsere großartige Innovation EXOPEC mit all seinen atemberaubenden Features vorstellen zu können. So hast du noch nie trainiert. Unser Versprechen an euch, die nächste Generation einzigartiger Workouts. Lasst uns doch mal gucken, wie EXOPEC getragen von einem Athleten aussieht. Nicht ohne Grund reden wir von Hybrid Body Sports Equipment. EXOPEC ist der erste Fitness Rucksack, der dich zum Fitnesscenter werden lässt. Neue Horizonte für dein funktionelles Workout. Egal ob du läufst, springst oder stehst. EXOPEC ist ein treuer Begleiter, wenn es um ein Workout geht, in dem Action angesagt ist. Jede deiner Bewegungen wird so zum Training. Bekannte Übungen wie Butterfly, Bankdrücken oder Schulterpresse sind natürlich kein Problem für EXOPEC. Ein vollwertiges Gerätetraining ist nun ortsunabhängig. EXOPEC ist alles, was du von einem Sportgerät erwartest. Und viel mehr, als du dir bis hierhin vorstellen konntest. Selbst bei hochkomplexen Bewegungsformen setzt du einen neuen Trainingsreiz. Wachse über dich selbst hinaus und verschiebe deine Limits. Bei der Performance bildet EXOPEC eine völlig neue Klasse von Sportgeräten. Kompakt, leicht und stark. Stärke deine Muskulatur, optimiere deine Kraft und steigere deine Ausdauer. Mit 2,35 kg ist EXOPEC ein absolutes Leichtgewicht und easy in deinen Trainingsalltag zu integrieren. Smart vom Rucksack zum Fitnesscenter. Ein Mehrwert, den du als Sportler nicht mehr missen willst. Kommen wir zu unseren Features. Das Herzstück bildet unser innovatives Modul. Das Modul wächst mit dir gemeinsam. Hier kannst du Widerstandsbänder in verschiedenen Stärken super schnell wechseln, neu kombinieren und an deine individuellen Trainingsziele anpassen. Ein intuitiver Plug-and-Game-Mechanismus. Die Widerstandsbänder sind hochwertig ummantelt und somit vor direkten Schäden geschützt. Mobil wird EXOPEC durch das Tragesystem von Deuter. Hier verlassen wir uns auf Kooperation mit Profis. Das Air-Komfort-System glänzt durch seinen dauerelastischen Federstahlrahmen und seine Drei-Seiten-Belüftung. Bis zu 25% weniger schwitzen. Mehrfach getestet vom Institut Hohenstein. In der Organisation findet alles seinen Platz, was du für dein Workout brauchst. Griffe, Manschetten und genug Platz für Wertgegenstände. Du und dein EXOPEC. Alles, was du für ein unabhängiges und professionelles Workout brauchst.